Ich bin geehrt, dass ich als erster CEO eines privaten Konzerns Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein darf. Leider wird meine heutige Rede überschattet von unzähligen Spekulationen, dass mein Unternehmen eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, die gezielt abgestimmt ist auf bestimmte ethnische Gruppen. Ich begegne diesen Anschuldigungen direkt. Entwickeln wir so eine Waffe? Nein, wir tun's nicht. Aber wir haben sie entwickelt. Aber bei allem Respekt. Die Vereinten Nationen sind ein Relikt aus vergangener Zeit, als die Nationen noch in der Lage waren, die Probleme der Welt zu lösen. Aber das sind sie heute nicht. Nicht mehr. Vor allem, weil sie diese Aufgabe abgetreten haben. An mich. Ich schickte Männer, die starben in ihren Kriegen. Somit fühle ich mich qualifiziert zu sagen, ihre Kriege funktionieren nicht. Darum ändern sich meine Prioritäten. Von Profit zur Politik. Denn Politiker wissen nicht, wie man Probleme löst. Aber ich schon. Stellen wir's klar. Ich bin hier und löse der Welt Probleme. Und ich glaube wirklich, die Probleme der Welt beginnen mit euch. Was zur Hölle war das denn? Ich weiß auch nicht. Aber es klingt, als ob Irons den Krieg erklären würde. Seine CBRN sind zerstört. Ohne Menti-Core hat Atlas keine Chance. Cormac! Sieh dir das an! Zeig es mir! Wir haben die Upload-Verschlüsselung geknackt. Und was ist das? Potenzielle Ziele. Irons hatte einen Plan B, falls man Atlas in die Enge treibt. Ein Präventivschlag. Er will uns ausschalten, bevor der Kampf richtig losgeht. Ein direkter Angriff auf die USA? Ist Irons dazu wirklich bereit? Wie ist der Plan? Sie können nicht alle gleichzeitig angreifen. San Francisco. Die ganze dritte Flotte ist in der Bucht. Ich brauche euch zwei im Einsatz. Los! Los! Läuft bei mir! Hallo liebe YouTube-Gemeinde! Ich darf mit dem Auto fahren. Es läuft doch sexy! Also jeder, der meine GTA-Videos kennt, weiß ganz genau, dass wir das jetzt schaffen werden. Obwohl, ich muss eh noch gerade rausfahren. Das ist nicht schlimm. Dann eine leichte Kurve. Gleich gegen irgendwas dagegen fahren. Dann ist wirklich GTA. Wow, warum fahren der so kacke? Oh, verdammt! Dranbleiben. Wow, was ist denn das für ein Auto? Hupen wir es nicht. Geh weg da! Ähm. Warte kurz. Ich sehe nichts. Läuft gerade gar nicht bei mir. Ihr müsst ein bisschen Gas geben, Leute. Jetzt hat es mir voll den Weg. Vorsicht! Woher kam der? Alle Einheiten. Mehrere Atlas-Fahrzeuge sammeln sich an der Brücke. Er steuert sich ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Zack! Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das machen? Das ist, weil ich den Kopf auch nicht bewegen kann in dem Spiel gerade eben. Tschüss! Voll daneben, verdammt. Oh oh, Entschuldigung, Zivilisten. Oh mein Gott, ich snack Zivilisten. Hey, was soll denn der Käse? Gehört dazu, glaube ich. Bin ich sicher? Denke schon. Hoffe ich halt. Haha, wenn nicht schon jetzt versagt. Oh ja, gehört dazu. Hier läuft bei dir. Oh ne, Pitbull. Zu Fuß weiter? Du bist ja ein Vogel. Ja, wenigstens kann ich Jumping. Oh, verdammt. Was soll ich machen? Ich schieße doch schon. Normalerweise müssten die jetzt weglaufen, oder? Ich bin gerade urschlecht. Ich bin gerade urschlecht. Wer wirft eine Granate? Das ist jetzt wahnsinnig. Booster. Du bist ein Freund. Gut. Gut. Warte, 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 warte. Gut, das war Headshot, Baby. Das war kacke. Das war ins Knie geschossen. Du bist tot. Ah, kackelacka. Was ist das? Gib das weg da. Bist du Freund, Fein, Freund, Fein, Freund, Fein? Wo ist denn der? Ach, du bist Gideon. So, bam, bam, bam. Oh, in der Luft. Verdammt, ich dachte, ich kriege ihn noch. Aber ich kann eine andere Knarre. Oh, läuft doch. Warum versuche ich da überhaupt zu anvisieren, wenn ich die Knarre hier habe? Bam, 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 bam. Irgendwie bin ich echt ein miserabler Schütze, ne? Oh, Gideon, sorry. Ich schieße dir in den Arsch. Bam, den habe ich aber noch gesnackt. Warte, den habe ich doch noch. Tach, Leute, ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Bin gleich tot. Abgang. Du bist Freund, Fein, Freund, Fein. Ich weiß nicht, Freund. Okay, gut. Läuft. Zack, zack, zack. Abgang. Tschüss. Warte, 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 warte. Zack, erledigt. Sexy, freut mich. Auf auf mich zu schießen, mein Freund. Es reicht mir jetzt. Es reicht mir jetzt mit ihr. Bam. Oh, ich bin tot. Der läuft bei mir. Tja, Wahnsinn. Ach, Gottchen. Wahnsinn mit mir. Echt jetzt. So. Warte kurz. Keine Ahnung, was ich da gerade geworfen habe. Das scheiß Erkennungsding. Absturz. Absturz. Sexy. Das war Headshot. Sicher. 100 Mal sogar. Erledigt. Gut. Läuft. Warte kurz. Ah, der Durchschießen ist nicht. Warte, wie war das mit... mit, 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 mit... Kontakt, Splitter. Gibt's nichts. Keine Ahnung, ob das zündet. Kein Plan her. Echt jetzt. Bin ich so schlecht oder sind die so gut? Die halten echt viel aus, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Kann ja möglich sein, dass mir das nur so... Wow, verdammt mal. Stück Scheiße. Wer schießt auf mich? Du. Oh, verdammte Granate. Verdammt in der Luft noch gesnackt. Es fängt schon gut an, ne? Wenn ich schon zweimal stirb. Erledigen. Ich hab keine Angst. Ich mach das auch irgendwie nicht gekorned, ehrlich gesagt. Ich mach das ziemlich blöde. Schau, 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 schau. Wie ich gleich wieder gesnackt werd. Einfach draufballern. Das wird schon richtig sein, oder? Bin gleich wieder tot. Ja, läuft bei mir, Leute. Ich bin grad nicht motiviert, ne? Also einmal sterben. Okay, zweimal sterben. Naja, das dritte Mal sterben. Weil ich dumm bin. Und mein Handy wie Pritsche wieder. Das läuft. War aber nur eine Nachricht zum Glück. So, warte. Zack, 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 zack. Schießt auf mich. Schau, 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 schau. Er bleibt einfach ruhig stehen. Er juckt ihm nicht. Ich schieße ihm ins Gesicht. Er grinst immer noch. Wahnsinn. Ich glaub, wir haben's aber gleich. Also, wir beenden das Spiel, glaub ich. Ziemlich schnell jetzt grad. Schon wieder. Den Typen. Keine Ahnung, wer auf mich geschossen hat. Ernsthaft jetzt. Ich weiß es nicht. Tschüss. Oh. So, ich versuch das echt jetzt da wirklich mit Liebe und mit Geduld. Passt. Warte, geh weg, 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 weg. Check. Du stützt ab. Du stützt ab. Du hast es verdient. Du musst sterben jetzt da. Irgendwer schießt da schon wieder auf mich. Ich weiß wieder nicht, wer. Irgendwer snackt mich da schon. Ziemlich schön. Vielleicht das der Ding da oben. Jetzt ist tot. Gut. Läuft. Da ist noch eins. Gut. Super habt ihr das gemacht. Super. Ich bin echt stolz auf euch. Wir sind ein richtiges Dream-Team. Warte, zack. Das war Headshot. Warte, siehst du, das macht er schon. Ist ihm egal. Ist ihm egal. Läuft bei ihm. Echt jetzt. Ich wäre auch gern so ein Player wäre. Dann würde ich mich echt... Wahnsinn. Richtiger Killer. Gut. Okay, läuft. Ja, warte mal. Da oben. Da. Oder? Warte. Das war ein Feind und ich lasse ihn einfach... Hey, warte mal. Darf nur einer reden. Ich habe keinen Plan, wer von euch da redet. Kostümier gut. Wir sind wirklich fast am Ende, glaube ich, von dem Spiel. Also viel darf es jetzt nicht mehr geben, wenn es schon so abgeht. Und wir versuchen, das da irgendwie zu snaggen und zu erledigen. Und was ist das? Granate, Vorsicht. Das ist ein Freund. Läuft. Wer schießt denn da? Oh, ich sehe niemanden. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Headshot. Passt. Habe ich gegeben. Habe ich gesnackt. Dann habe ich meine Liebe gezeigt. Läuft. Gut. Ach. Du, du, du. Und du, du, du. Ich könnte es mir mal gar nicht. Gell? Tschüssi. War das schlecht oder war das schlecht? Das war extrem schlecht. Leute, das war jetzt richtig schlecht. Gut. Soll ich vorgehen? Das ist nie gut. Warte. Ich kann doch die Türen abreißen. Perfekt. Kommen ziemlich viele. Zack. Nimm das. Warte. Warte. Wenn dir so viele auf einem Fleck sind. Nutze ich das. Baby. Da nochmal. Zack. Läuft. Du bist. Ich weiß nicht. Gehörst du zu mir? Du bist ein Feind. Zack. Nimm das. Please. Warte. 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 Lass mich nachladen. Lass mich nachladen. Zack. Tschüss. Zack. Warte kurz. Kurz. So. Online-Modus muss ich nutzen. Wie im Online-Spielen. Zack. In Deckung gehen. Zack. Zack. Warte. Da kommt einer. Ich boxe ihn. Ich boxe ihn. Oh. Oh. Verdammt. Von hinten. Leck mich doch. 13 Minuten. Nur Müll zeige ich gerade eben. Das läuft bei mir richtig. Leute. Richtig. Es lohnt sich. Kriege ich gleich mal 15 Daumen nach oben. Gelle. Weil es richtig cooles Let's Play ist von mir. Und ich richtig über Ultra Zocker bin. Also echt. Es gibt nichts besseres als mich hier. Gerade eben. Ich habe keine Muni mehr. Läuft auch bei mir. Tschüss. Hey. Das war voll ins Gesicht. Ich bin tot. Logisch. Ich habe keine Muni mehr. Ich renne. Ich glaube, ich gehe zurück. Ich glaube, ich laufe ein Stückchen zurück. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Wir müssen das vorsichtig genießen. So oft bin ich noch nie gestorben in einer Mission. Au. 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 Verdammt. Verdammt. Verdammt, Leute. Das kann ja mal gar nichts. Ernsthaft jetzt. Das kann nichts. Ich gebe ihn in den Kopf. Und der grinst mich immer noch an. Ja, Leute. Ich habe keine Muni mehr. Gib mir Munition. Gib mir eine Waffe oder so. Gib mir irgendwas. Vorsicht. Voll in your face. Läuft. Also, wenn ich es kann, dann kann ich es. Kann ich es richtig. So, warte. Da liegt irgendwo sicher eine Munition für mich. Oder eine Waffe. Beziehungsweise. Ja. Gut. 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 Wer lebt denn da noch? Wer schießt denn da noch? Wer will denn noch knutschen mit mir? Das ist doch viel cooler, hey. Nehmen wir die. Da läuft. Bist du Freund? Nein, bist du nicht. Vorsichtig sein. Gut. Da. Oh mein Gott. Der ist tot. Läuft. Knight Rider spielt auch mit. Läuft. Wow. 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 Warte, 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 warte. Der lebt sicher noch. Ich bin ja nicht blöde. Ich kenne mich ja aus. Zwölf Uhr. Aha. Warte. Warte, warte, warte. Geht's dir gut? Nein, geht ihm nicht gut. Geht's dir gut? Ja, geht's gut. Da, warte. Achso. Tja, blöd. Ich gebacht. Ich gebacht. Also wenn es um Verbündete Feuer abfeuern geht, bin ich der Beste überhaupt. Weil da kenne ich mich aus. Das kann ich. Oh, verdammt. Wo ist der? 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 Da ist ein Fahrrad. Kann ich nicht mit dem Fahrrad herumfahren? Oh, sorry, mein Freund. Oh Mann, Alter. Tut mir voll leid. Tut mir voll leid. Du hast doch irgendwo eine... Er leckt mich doch. Das kann echt nichts. Leute, nein. Jetzt bin ich wieder da. Ich glaub, ich hör gleich auf zum Aufnehmen. Echt. Leute, echt. Ich hör auf. Ich hör auf. Es bringt sich nichts mehr. Schon wieder tot. Jetzt. Ja, Rückzug ist angesagt, Leute. Rückzug. Das ist echt nicht mehr sexy. Das ist echt nicht mehr sexy. Es gibt sicher Leute, die snacken das wie nichts. Die denken sich, Stars, hallo. Wie spielt denn der Zockkopf? Bisschen angepisst bin ich schon. Gerade eben, ne? Also, so ist es nicht. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Perfekt. Wunderschön. Warte, Rückwerfen. Zucker. Zucker. Also, ja. Ich bin ein Actionheld. Jeder hat einen coolen Spruch darauf. Meiner ist Zucker. Zucker. So, Waffe wechseln. Wichtig. Wo ist wer? Wo schießt wer? Da, was der aushaltet. Hey, 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 hey. Du nicht spielen hier. Feuer, Feuer. Wo ist der? Wer? Okay, warte, warte, warte. Warte, ne, machen. Der hat vielleicht eine bessere Knarre. Ja, besser. Viel besser. Der ist tot. Gut läuft. Hast du gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich, mein Freund. So, ich hoffe, jetzt kriege ich es hin, denn ich möchte es nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Bin ich vorsichtig. Oh, verdammt. War gut. War gut. Gut. Warte, da hinter dir, oder? Von wo kommt denn das? Ja, der haltet echt was aus, ey. Boah, wunderschön. Das war aber nicht dich. Ah, verbindet er gut. Oh, warte. Ich schaff's, oder? Ich krieg's hin. Nur noch 20 Meter. Läuft. Keine Ausdauer mehr. Ja, ja. Runde, ja. Auf den Boden, hab ich gesagt. Auf den Boden. Gut. Mach keinen Blödsinn. Mach keinen Blödsinn. Ich mach das. Kontrolliert die Typen hier, ey. Kein Bock zu sterben. Man lebt nur einmal. Abgeschlossen. Aber ich hab mein Werkzeug mit. Logischerweise. Wow. Fuck, fuck, fuck. Ich hab keine EMP. Was soll ich machen? Ich komm nicht hoch. Oh, lecker. Viel Spaß, Leute. Ich verziehe mich. Was soll ich machen? Was geht da jetzt ab? Was geht da ab? Die Brücke wird gesprengt. Zeit, sieh denn des Wahnsinns. Aber mir geht's doch gut. Verdammte Kacke. Nein. 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 Achso, ich fall hier gar nicht. Wow. Ich halte dich. Gideon, bist du das? Nee. Du bist irgend so ein Typ. Du kannst das Werk da fliegen, hey. Tschüss. Du bist nicht Gideon. Lass mich los. Du bist nicht Gideon. Ach Gott. Verdammt. Okay. Wer bist du? Oh, den hat's aber böse erwischt. Eher wieder der Held, ne? Sehr gut. Alles easy. Verdammte Schweine. Richtige Katastrophe hier. Ja, aber wir haben's geschafft. Leute, so oft wie ich gestorben bin, das ist nicht mehr normal. Verdammt. Das ist nicht mehr normal, Leute. Das war gar nicht mehr normal, hey. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war ein bisschen... Ich war jetzt schon ein bisschen böse jetzt da. Ziemlich genervt. Und ich hoffe, man merkt mir das nicht an. Ihr macht ja nichts. Aber gut, dann halt bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's das gut. Haut rein. Habt noch einen angenehmen Abend. Tschüss. Gute Nacht. Tja. Ciao.